Pada Sanchalanasana, die dynamische Beinbewegungsstellung. Elena zeigt, wie es geht. Vom Stehen ausgehend hebe die Arme hoch und gebe die Hände dann nach unten, die Hände neben die Füße. Und dann bewege ein Bein nach vorne und nach hinten und dann wieder nach vorne und nach hinten. Übe das etwa fünf bis acht Mal auf einem Bein und danach auf dem anderen Bein und verbinde das auch mit dem Atem. Pada Sanchalanasana ist eine gute dynamische Übung, die du auch im Rahmen des Sonnengroßes integrieren kannst, um noch mehr Körperwärme und Körperhitze zu erzeugen. Pada Sanchalanasana hilft auch warm zu werden, gerade in den Hüften, im Bein, auch etwas im Rücken. Anschließend, wenn du so Körperwärme erzeugt hast, fällt es leichter, zum Beispiel die Vorwärtsbeuge, Spagat und andere Flexibilitätsasanas zu üben.